Für Nummer 110, oder? 112, oder? 112. Ich ruf schon an. Ich hoffe, dass ich es draufkriege. Kann ich dir keiner mit dem Motor fahren? Was? Ja, schönen Tag, Andreas Kasten. Ich sitze hier gerade im Auto und bin auf der 252 in Richtung Frankenberg. Und vor uns ist ein LKW, relativ 20-Tonner und hat einen relativ eigenartigen Fahrstil. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft!